Was geht? Cory hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo wir einfach die Bibel lesen und ich euch zeige, wie man einfach die Bibel liest, indem ich einfach die Bibel lese. Macht Sinn? Gut. Wir haben bis jetzt Kapitel 1 bis 7 von dem Markus-Evangelium gemacht und falls ihr noch nicht dabei wart von Anfang an, schaut es euch gerne noch an, alles ist online, aber ihr dürft natürlich auch einfach dranbleiben und mittendrin einfach mit einsteigen. Bevor wir anfangen, möchte ich immer beten, weil ich nicht meine eigenen Worte sozusagen euch geben möchte, sondern Gottes Worte sprechen lassen möchte. Und deshalb bete ich. Danke, Vater, für diesen heutigen Tag. Ich danke dir so sehr, dass wir hier zusammenkommen können, digital, in unterschiedlichen Zeiten. Herr, ich danke dir so sehr, dass du das alles möglich machst. Bitte segne diesen heutigen Tag, diese heutige Stunde. Führe du mich ganz in allem, was du uns sagen möchtest, Herr. Zeig uns einfach und offenbare uns dein Wort in unserem Herzen. Amen. So, da wir jetzt gebetet haben, können wir gerne einsteigen in Markus 8, Vers 1. Macht Sinn, ne? Okay, gut. Dafür klicke ich einmal hier drauf und dann starten wir. In diesen Tagen hatte sich erneut eine große Menschenmenge versammelt. Da die Menschen nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte zu ihnen, Die Menschen tun mir leid. Sie waren drei Tage hier bei mir und nun haben sie nichts mehr zu essen. Wenn ich sie ohne Essen heimschicke, können sie unterwegs zusammenbrechen, denn einige von ihnen sind von weit her gekommen. Wie sollen wir denn hier in dieser einsamen Gegend genug zu essen für sie finden? Fragten seine Jünger. Wie viel Brot habt ihr? Fragte er sie. Sieben, antwortete sie. Da forderte Jesus die Menschen auf, sich auf die Erde zu setzen. Dann nahm er die sieben Brote, dankte Gott dafür, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern, damit sie das Brot an die Menge austeilen. Sie hatten auch noch einige kleine Fische und Jesus segnete sie und ließ sie durch seine Jünger verteilen. Alle aßen, bis sie satt waren und als die Reste eingesammelt wurden, füllten sie sieben Körbe voll. An diesem Tag waren 4000 Menschen beisammen. Nachdem sie gegessen hatten, entließ er sie nach Hause. Gleich darauf stieg er mit seinen Jüngern in ein Boot und fuhr hinüber ins Gebiet von Dalmanuta. Das erste, was ich immer gerne mache, ist, wenn wir was gelesen haben, einfach nur zusammenzufassen, was wir überhaupt gelesen haben. Und das hilft, jeden Einzelnen von uns einfach nochmal zu reflektieren. Weil manchmal lesen wir einfach und überfliegen einfach nur den Text, aber machen uns gar nicht klar, was eigentlich passiert ist. Also wiederholen wir jetzt, was einfach passiert ist. Und wir sehen hier, dass Jesus mal wieder eine ganze Menschenmasse um sich herum hat. Und jetzt wird es langsam spät und eigentlich müsste man sie nach Hause schicken. Aber viele sind von weit her gekommen. Und deshalb wollte er erst mal noch ihnen was zu essen mitgeben, dass sie voller Kraft nach Hause gehen können. Aber die Jünger wieder, obwohl sie, wir haben in einem anderen Kapitel gelesen, dass sie schon mal mehr als 5000 Menschen Essen gegeben haben, obwohl sie viel weniger dabei haben, waren sie wieder am Zweifeln und haben gesagt, hey, wie sollen wir hier an diesem Ort, wo sie sind, also weit weg von einer größeren Zivilisation, Essen für so viele Menschen, also wir lesen später, dass es 4000 Menschen waren. Wie sollen wir dieses Essen für 4000 Menschen zusammenbringen? Und dann sagt Jesus, hey, was habt ihr denn so da? Und sie haben gesagt, ja, sieben Brote. Und sie hatten auch noch ein paar Fische. Und Jesus hat gesagt, ja, gib mir das. Die Menschen sollen sich hinsetzen. Ich danke für das Essen und dann verteilen wir das. Und die Jünger dachten sich dann wahrscheinlich, ja, genau, jeder kriegt einen Krümel. Aber wie sie ja auch schon mal erlebt haben, kann Gott, kann Jesus Wunder tun. Und Jesus verteilte das Brot so viel, dass jeder davon satt geworden ist. Und was wir daraus nehmen können, ist zwei Sachen. Ich sage zwei Sachen, aber ich habe gar nicht zwei Sachen. Eine Sache auf jeden Fall ist dieses, hä, haben wir nicht ein paar Kapitel vorher, gelesen, dass 5000 Leute, Speise der 5000, das ist in Markus Vers 6, in Markus 6 Vers 35, wo wir die Speise der 5000 sehen. Und da fragen wir uns, hä, warte mal, ihr hattet da auch nur, was hattet ihr, fünf Brote und zwei Fische und 5000 Leute sind satt geworden. Wieso zweifelt ihr denn jetzt, obwohl es mehr Brote sind diesmal und weniger Menschen? Und das ist genau so in unserem Leben auch. Und wir zeigen, oder ich habe immer gerne auf die Jünger gezeigt, sozusagen, hä, das ist doch klar, guck mal, Jesus ist neben euch. So, ihr macht so viele Wunder. Aber bei uns ist es häufig auch so. Wir haben in unserem Leben schon Wunder erlebt. Wunder erlebt, wo wir gedacht haben, hä, das ist unmöglich. Aber genau diese vergessen wir immer. Deshalb bringt es sowas, etwas aufzuschreiben. Die Wunder, die Gott getan hat. Und ich habe hier ein Heft, da schreibe ich erstmal alle meine Gebetsanliegen, aber auch meine Dankensagungen oder das Dankesagen an Gott für die Sachen, die er gemacht hat, damit ich es niemals vergesse. Und das, wenn ich zum Beispiel eine schlechte Phase habe, wenn ich mich gerade weit weg von Gott fühle, oder wenn ich denke, ha, der macht gar nichts, so, dann schaue ich wieder in dieses Heft und sehe, ach doch, das hat er gemacht, das hat er gemacht, das hat er dieses Jahr gemacht. Und ich sehe einfach, wie gut Gott ist, damit ich gar nicht vergesse, hey, der kann aus zwei Fischen, aus zwei Broten, aus fünf Broten und zwei Fische kann er genug machen, um 5000 Menschen zu versorgen und dann kann er auch aus sieben Brote und ein paar Fische 4000 Menschen versorgen. Und hier sehen wir einfach, dass wir eine konstante Erinnerung brauchen an das, was Gott für uns in unserem Leben gemacht hat. Und deshalb ermutige ich euch auch, jetzt in diesem Augenblick, weil wir sind jetzt für dieses Video am Ende, Stift und Papier herauszuholen oder am besten, wie gesagt, ein Heft oder ein Buch herauszuholen, indem ihr Sachen aufschreibt, die Gott für euch tut. Vielleicht heute, vielleicht könnt ihr euch auch erinnern, was er letzte Woche gemacht hat oder was er im letzten Monat gemacht hat oder im letzten Jahr gemacht hat, aber so, dass ihr niemals vergessen könnt, weil es aufgeschrieben steht, was Jesus alles in eurem Leben für euch getan hat. Und das war es auch erstmal für den ersten Teil. Wir machen nächste Woche weiter und bis dahin sehen wir uns. Falls ihr Fragen habt oder falls ihr irgendwas rausgelassen habt, schreibt es mir doch unten in die Kommentare und ich verantworte sie. Bis dahin, Cory hier, ihr da, alles klar. Ich habe hier am Ende des Videos immer einmal die Playlist, Markus Playlist und auf der anderen Seite habe ich Tipps, wie man die Bibel liest.